Hi und herzlich willkommen zu einer kurzen Einführung in die Aussagenlogik. Ich bin Magda und ich zeige euch in diesem Video, was es mit diesen Zeichen hier auf sich hat und wie wir das in konkreten Aufgaben in der Unimathematik gebrauchen können. Vielleicht kennt ihr das auch, dieses umgekehrte A, das bedeutet für alle. Kann man sich auch ganz gut merken, weil das A ja in diesem alle hier drin vorkommt. Und das E, das umgekehrte, das gespiegelte, das bedeutet es gibt, es existiert. Haben wir also hier auch mit dem E irgendwie eine ganz gute Eselsbrücke dabei. Dann kommen die beiden Hütchen, wo sich viele nicht merken können, welches welches ist. Aber das nach unten geöffnete ist das UND und das nach oben geöffnete ist das ODA. Und da kann ich mir immer das ganz gut merken, indem ich mir vorstelle, die ODA ist ja auch ein Fluss. Und wenn man sich vorstellt, diese Zeichen wären Querschnitte durchs Flussbett, dann wird man sofort merken, dass das bei dem ODA tatsächlich funktioniert, da oben Wasser reinzufüllen. Das würde drin bleiben. Aber bei dem UND würde das Wasser sonst wohin rauslaufen. Und dann weiß ich immer sofort, ach ja, das Hütchen, das als Flussquerschnitt funktionieren würde, das ist das ODA und das andere muss dann das UND sein. Dann haben wir hier noch diesen Haken, der bedeutet einfach NICHT. Und dann haben wir diesen Pfeil, den kennt ihr wahrscheinlich alle, das ist der Folgepfeil und der heißt, es folgt. Ja, und jetzt, wo wir diese Zeichen ein bisschen kennengelernt haben, wollen wir die direkt mal anwenden in so typischen unimathematischen Aussagen. Und zwar wollen wir hier diese Aussagen mithilfe von den gerade geübten Zeichen ausdrücken. Und wir fangen direkt mal an mit der A. Alle Schafe sind weiß. Das heißt, für alle X, so macht man das immer, aus der Menge der Schafe, das ist das Element von Zeichen, so ein Eurozeichen ohne den zweiten Strich quasi. Für alle X aus der Menge der Schafe soll also gelten, dass X ist weiß. Der Doppelpunkt kennt ihr wahrscheinlich auch schon, der bedeutet, es gilt. Und so hätten wir also diese Aussage, alle Schafe sind weiß, mathematisch korrekt formuliert. B, schon ein bisschen schwieriger. Hunde, die bellen, beißen nicht. So ein altes Bauern-Sprichwort, ne? Was wissen wir da? Es ist so generell gesagt, für alle Hunde soll das gelten. Also machen wir den für alle Quantor, für alle X aus der Menge der Hunde dieses Mal, soll gelten, wenn sie bellen, dann beißen sie nicht. Das ist quasi so eine Bedingung, ne? Also müssen wir sagen, wenn wir wissen, dass X bellt, dann wissen wir, X beißt nicht. Oder, wenn ich das nicht mal benutzen möchte, dann kann ich auch sagen, nicht X beißt. Also mache ich einfach das nicht hier vor die Aussage, dass X beißt. So könnte man die B formulieren. Bei der C, was übrigens wegen der Aussage D eine komplette Schwachsinns-Aussage ist, müssen wir schon ein bisschen komplizierter denken. Und vor allem, ganz wichtig, müssen wir uns nochmal klar machen, dass das Oder in der Mathematik kein ausschließliches Oder ist. Wenn ich also sage, es regnet oder die Sonne scheint, dann meine ich im mathematischen Sinne, entweder es regnet oder die Sonne scheint oder beides passiert. Das ist das, was ich meine mit, es ist kein ausschließliches Oder. Es heißt nicht, entweder es regnet oder die Sonne scheint und beides gleichzeitig kann nicht passieren, sondern es ist immer ein einschließliches Oder in der Mathematik. Ich kann also immer sagen, A oder B bedeutet entweder A oder B oder beides. Das heißt, wenn diese Aussage bei C ohne das Entweder gewesen wäre, dann wäre das auch so gemeint gewesen. Entweder eine Frau ist schön oder sie ist schlau oder sie ist beides. Wenn da aber das Entweder so dabei steht, dann heißt es, Entweder eine Frau ist schön oder eine Frau ist schlau, aber beides, das geht nicht. Und deswegen wird es ein bisschen komplizierter, das hier aufzuschreiben. Wir dürfen jetzt also sagen, für alle x Element der Frauen gilt, und man will ja intuitiv sagen, x ist schön oder x ist schlau, aber das würde eben beinhalten, dass auch beides möglich wäre, was diese Aussage nicht möchte. Also müssen wir sagen, entweder x ist schön und x ist nicht schlau, x ist schlau und nicht schön. Und so hätten wir jetzt hier künstlich sozusagen das ausschließliche Oder generiert. Aber ich habe ja eben schon gesagt, meiner Meinung nach ist Aussage C Schwachsinn, weil meiner Meinung nach gilt Aussage D. Es gibt eine Frau, die schön und schlau ist. Zum Beispiel, wenn man mal ein bisschen recherchiert, Emma Watson. Superschlaue Person, superschöne Person. Wir haben also ein Beispiel gefunden und können sagen, es gibt eine Frau. Und das heißt wiederum, es gibt mindestens eine Frau, könnte also auch noch mehr geben, die schön und schlau ist. Wie schreiben wir das? Es gibt eine, also es existiert ein x aus der Menge der Frauen. Für das gilt, x ist schön und x ist schlau. Und das waren jetzt vier kleine Beispiele, um euch mal zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. Ihr müsst aber in der Uni natürlich nicht euch alles erklären lassen, sondern auch gut verstehen und selber üben, weil das ja in der Klausur auch von euch gefordert sein wird. Und deswegen habe ich hier jetzt für euch was vorbereitet, nämlich so ähnlich wie eben Aussagen, die man jetzt aber andersrum als gerade ausformulieren soll. Und das ist eine Idee, die ich so habe bei diesen Uni-Matte-Videos, dass ihr einfach in den Kommentaren die Lösung hinschreibt. Also formuliert das mal aus, was ich da hingeschrieben habe in mathematischer Schreibweise. Und dann pinne ich einfach den Ersten, der das richtig gemacht hat, als Kommentar oben in die Kommentare an. Und jeder kann halt so ein bisschen selber weiterdenken üben, wie man das eben für die Uni braucht. Apropos weiterdenken. Wenn ihr Lust habt, euch schon mit Negationen von solchen Aussagen zu beschäftigen, dann schaut mal in das Video rein. Und wenn ihr schon viel weiter seid und zum Beispiel den eindeutigen Existenz-Quantor schon kennt, dann guckt euch das hier mal an. Ich freue mich, wenn ihr Bock habt, den Kanal zu abonnieren, dran zu bleiben, ein bisschen Uni-Matte mit mir zu machen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao, macht's gut!